Na bitte mal wieder zwei Stück drin, 8 von 30, na super. Das geht ja voran. So, ich würde sagen, den Rest sammeln wir hier hinten. Was kann ich für euch tun? Och, also da würde mir eigentlich nichts einfallen. Okay. Was haben wir denn da? Tauchen Paladin. Ich könnte jetzt was zum Equipment sagen, aber ich lasse es lieber. Ich kann erstmal so sagen, ich bin nicht wirklich ein Freund von diesem ganzen Akku und Zeug. Also das Zeug, was einen ordentlichen IP-Schub gibt und das mitlevelt mit dem Level. Da bin ich absolut kein Freund von, von dem Zeug. Ich finde, das Zeug hat das Spiel eigentlich richtig kaputt gemacht. Neben den ganzen Anamist, den WoW, äh, nicht WoW, den aber Blizzard gemacht hat. Mit den ganzen Marken hinterher schmeißen und sowas. Oder mit dieser Insel, dieser traustlosen Insel, wo du einfach nur über die ganze Karte rennen musst und da kriegst du dein Epic-Equipment zusammen. Ich meine, was soll denn der Scheiß? Wozu spiele ich dann überhaupt noch WoW? Okay, wenn ich das alles mittlerweile hinterher geschmissen kriege. Achso, der Kuh, du hat Hunger, da sollen wir noch Getredesäcke sammeln. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht tun. Wow, 14 von 30. Yes. Und ein Haustierkampf. Und da ist mein Wirbelsturm. Das ist ein Gummibärchen, würde ich mir gerade behaupten. Oder zumindest ein Gummibärchen gefressen. Achso, der böse Wirbelsturm. Na bitte, da ist der Herr Knallkörper. Aber erstmal muss ein Reittier-Fetz kaputt. Oder Fes oder Fes oder wie auch immer heißen mag. Na komm, komm, du siehst mich doch. Komm her. Ich muss näher heran. Diese Fähigkeit ist uns nicht bereit. Das ist zu weit entfernt. Noch nicht bereit. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Jetzt ist er aber am Ende hier am Gelände. Am Schluss mit lustig Kindergeburtstag vorbei. Noch nicht bereit. Ich kann diesen Zauber noch nicht wirken. Das ist ja gut, du kannst überhaupt nichts machen. Und so, haben wir den Idioten schon mal getötet. Ui, da ist. Ich muss näher heran. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Natürlich greift uns jetzt noch nicht Jäger an, aber wir müssen sowieso die Viecher töten, um die Power zu bekommen. Nicht genug Energie. Ui, gleich zwei haben wir. Das finde ich sehr gut. Ich kann das noch nicht tun. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Meine, geht doch. Warum nicht gleich so? Warum muss man die Leute immer so überzeugen? Warum können die uns ihre Haare nicht gleich aussehen? Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ich meine, die sehen, dass wir die ganze Zeit ihre Kompels abschlachten und greifen uns trotzdem an. Ah, na bitte 19 von 30. Es nimmt doch schon langsam Form und Gewicht an. Ich kann das noch nicht tun. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Das legt immer noch auf. Warum müssen die immer wegrennen? So, drei Hauer, nehmen wir mit. Ein Getreide sagt nochmal, da ist noch einer. Und nochmal zwei, da haben wir schon alle. Jetzt müssen wir nur noch acht Hauer sammeln. Noch nicht bereit. Ich kann mit dem Zauber noch nicht wirken. So, jetzt müssen wir noch mindestens sechs Schweinchen töten. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. So, da brauchen wir maximal. Nicht mindestens. Maximal sechs. So, noch maximal vier. Auf jeden Fall haben sie alle zwei Hauer drin. Ich kann das noch nicht gut. Ich habe zu wenig Energie. Nicht genug Energie. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Und noch drei. Ich muss näher herab. Noch nicht bereit. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich sehe, dass gerade der Schwank zwischen 45 Frams und 25 Frams ist. Würde ich es rumstehen alleine schon. Also denke ich mir, das hat irgendwas mit Lagging zu tun. Ich bin außer Reitweite. Ich bin außer Reitweite. Ich habe zu wenig Energie. Das bläst immer noch auf. So, noch ein Schweinchen. Willst du mein Schweinchen sein? Ich frage den jetzt erstmal höflich. Und jetzt mache ich mal ein bisschen was nachdenken. Ein bisschen was zum Nachdenken. Nicht genug Energie. Bam! So, damit hätten wir alles komplett. Gehen wir noch zu dem Dings zurück. Zu dem Kodo. Hoppala. Eindeutig. Hier gibt es Schweinebärmänner. So, jetzt sollen wir wieder zu dem zurückkehren. Jetzt rennt es einmal weg. Macht einmal nom 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 und dann jut. Ne, Quatsch. Nom 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 macht es nicht. Das macht nom 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 nom. Nom 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 nom. Genau. Auch nur Mülle gefunden in der Zeit. Aber wir kriegen jetzt noch mehr Müll. Also von der Zeit. Gleich sieht das immer noch nicht aus. Und es hat Boom gemacht. Blut und Donner. So, was haben wir denn hier? Ein, was? Mankrits alte, ja Mankrits alte Hochzeitskleidung. Natürlich habe ich total nie drauf. Ich nehme die Handschuhe. Ich habe mir gerade eine Hochzeits-Suite zuzulegen. Genau. Wie geht es denn das jetzt nicht? Die Handschuhe müssen wir so schnell neue zulegen. Die betonen unsere Finger so komisch. Zuck, zuck. Ja, zuck, zuck. Seid sicher. Bahn, Bahn. So. Das wird immer hässlicher. Thrall Hall. Eine Intelligenz. Nein, brauche ich nicht. Am Ende. Naja. Am Ende wird die... Könnt eure Klinge niemals stumpf sein. 15. Wir können jetzt hier irgendwas aussuchen. So, was haben wir denn da? Schnelligkeit lässt rollen und T-Torpedo, also T-Torpedo, der T-Torpedo, meine Fresse. Öfter einsetzen, erhöht maximale Anzahl von Auflautungen um 1 und verringert die Aktivität um 5. Befreit sofort. Okay. Also immer wenn ihr... Bist du zweimal stapelbar. Warte mal, immer wenn ihr Rollen einsetzt, wird euer Bewegungstempo 10 Sekunde um 25% erhöht. Das hört sich nicht schlecht an. Nämlich. So, dann können wir uns gleich mal abhandeln im Dungeon Browser, als Damage-Dealer zufällig und Gruppe finden. So, Karawane begleiten, tue ich das jetzt? Hm. Nachdem wir uns im Dungeon angemeldet haben... Ach scheiße, der Hund drauf, wir machen das jetzt einfach. Dauert ja garantiert eh eine halbe Ewigkeit. Los geht's, Rocko. Verteidigt das Karawane-Kodo. Ich hab nix anderes vor. Bam, 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 bam. Hört sich an wie meine Mutter, wenn sie durch die Gegend rennt. Genauso. Der Staumer ist noch nicht bereit. Aber auch noch, weil sie so eine komische Schuhe anhat. Ich brauche ein Ziel. Ich habe kein Ziel. Mach dich weg von der Zichte. Und weil es so ein kleiner Raum ist manchmal, ey. Der hört sich jetzt wirklich so an. Als wieder ein Kodo durch die Gegend rennt. Ich kann diesen Zauber noch nicht wirken. Und schüss. Oh, sogar mit Aufsatz, das finde ich nicht schlecht. Ach, das soll wahrscheinlich unsere Waffe sein. Wir haben unsere Waffe gezogen und gleichzeitig die Pistole. Auch nicht schlecht. Äh, beziehungsweise das Gewehr. Durchschnittliche Wartezeit fünf Minuten. So, bis dahin sind wir ja schon im Wegekreuz angekommen. Level 80, Taurenpaladinen. Warum die in den Anfangsgebieten rumrennen? Keine Ahnung. Die haben wahrscheinlich nichts zu tun. Keine Freizeit oder irgend sowas. Keine Freunde. Mit denen sie spielen können. Lego oder was auch immer. So, was haben wir denn hier hinten? Aus den Pilzsporen sammeln. So, die vergessenen Teiche. Sucht den Grund der vergessenen Teiche. Sucht den Grund der vergessenen Teiche. So, Jünger von Naralex spricht in der Höhle des Wegs langs Minalpal. So, das hätten wir auch schon mal angenommen. Pandarenmagierinnen. Hm, wir sind ja fast so groß wie ein Taure. Immerhin. Die Zephras. Vier Zephrerrufe. Und fünf Klaunejägerinnen. Von Savannenjägerinnen. Das sind so, äh, wie sie so. Wie heißen sie? Oh, ich hab ein Geschäft für euch. Echt? Was denn?